Im folgenden Video zeigen wir Ihnen, wie Sie einen bestehenden Artikel im GSN Sync Publishing Tool an den Zielmarkt publizieren können. Nach dem Publizieren sind die Artikel für den Zielmarkt bzw. die einzelnen Händler verfügbar. Klicken Sie zunächst auf Meine Artikel in der Menüleiste. Es gibt zwei Möglichkeiten zu publizieren. Zum einen direkt in der oberen Symbolleiste und zum anderen im Bearbeitungsmodus des Produktes. Wir zeigen Ihnen in diesem Video letzteres Beispiel. Dafür wählen Sie das Produkt, das Sie publizieren möchten, aus und klicken es doppelt an. Sie gelangen direkt in den Bearbeitungsmodus. Um diesen Artikel zu publizieren, ist es nötig, diesen vorher freizugeben. Mit der Freigabe bestätigen Sie, dass Sie mit der Eingabe der Daten fertig sind. Sobald Sie auf Publizieren in der rechten Spalte klicken, öffnet sich ein neues Fenster. Nun müssen Sie entscheiden, ob Sie den Artikel an den Zielmarkt oder an die einzelnen Händler veröffentlichen möchten. Die auszuwählenden Händler-GLNs werden Ihnen angezeigt, wenn Sie auf die Lupe klicken. Wir empfehlen Ihnen aber an den Zielmarkt zu publizieren, damit Ihre Daten allen Händlern zur Verfügung stehen. Klicken Sie nun auf Publizieren, um den Prozess abzuschließen. Das Produkt ist immer auf seiner höchsten Ebene lediglich einmal zu publizieren. Das bedeutet, dass Sie nur die größte Verpackungseinheit, wie zum Beispiel eine Palette oder einen Karton, publizieren müssen. Die darunterliegenden Artikel werden automatisch mitgesendet. Mehr Informationen sowie weitere Video-Screencasts zu GS1-Sync finden Sie unter www.gs1.at-gs1-sync.